Hallo, liebe Fotofreunde, willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr da seid. Heute geht es mal darum, wie konkret drucke ich meine Bilder. Ich führe euch den ganzen Prozess durch. Einmal, was nutze ich an Technik beispielsweise, worauf achte ich beim Drucken, zeige verschiedene Papiere und natürlich sage ich euch auch, was es kosten wird, wenn ihr vielleicht zu Hause selbst drucken wollt. Also wie immer schön dranbleiben und das Video bis zum Ende natürlich anschauen. Ich habe euch bei diesem Video auf jeden Fall Kapitel angelegt. Das heißt, ihr könnt euch ganz einfach durch die Kapitel durch, sage ich mal, schleusen und könnt einfach mal schauen, welches Kapitel euch am ehesten gefällt oder vielleicht schaut ihr natürlich auch am besten alle Kapitel einfach mal an, denn jedes Kapitel baut so ein bisschen aufeinander auf und ich denke, da wird einiges dabei sein, was dir auf jeden Fall helfen wird, wenn du vielleicht gerade dabei bist, dir zu überlegen, ob du dir vielleicht selbst einen Drucker für zu Hause anschaffen solltest. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht, damit ich auch nichts vergesse und wenn ihr Fragen zu dem Video habt, zu einzelnen Themenbereichen auch und zu einigen Anmerkungen, dann lasst es mich gerne wissen. Schreibt gerne mal euren Kommentar unter das Video und natürlich sagt mir auch mal, wie es euch gefallen hat. Vielleicht war was dabei, was ihr euch vielleicht noch mehr gewünscht hättet oder vielleicht war alles super, dann auch dann gerne mal einen Kommentar für mich da lassen. Ich fange mal erst mal damit an, warum ich eigentlich meine Bilder drucke. Also ich habe früher schon Bilder ausgedruckt und wahrscheinlich so wie du auch, habe oft Bilder digital angefertigt. Ich bin zu Rossmann gefahren oder zu DM oder zu welchen Druckanbietern auch immer, die quasi in Druckihin vorhanden waren, habe die Bilder drucken lassen und fand sie okay. Sie waren günstig, das war für mich ein Hauptgrund damals zu sagen, okay, ich druck mir meine Bilder auch mal jetzt natürlich aus. Zum noch nicht so digitalen Zeitalter, also wo man noch nicht so unbedingt einen PC hatte oder ein Laptop und vor allem Speichermedien, war das ja noch gang und gäbe, sage ich mal, die Bilder auch mal auszudrucken. Also ich habe noch eine ganze Kiste hier voll stehen, wo noch Bilder drin sind und hatte auch quasi jeden Quatsch irgendwie ausgedruckt damals oder sich drucken lassen, besser gesagt. Und mit dem Zeitalter der Digitalisierung, gerade in der Fotografie, hat sich das Ganze so ein bisschen geändert. Und ich möchte auch so ein bisschen mal darauf einwirken, warum es eigentlich so wichtig ist, es zu drucken, in meinen Augen zumindest, denn du machst so oft Bilder und hast am Ende des Tages gar nichts davon, denn sie liegen vielleicht nur auf der Festplatte rum. Okay, du kannst sie vielleicht bei Instagram posten oder bei Facebook oder wo auch immer. Das ist alles schön und gut, aber trotzdem ist es was viel, viel Schöneres, wenn du so ein Blatt Papier wie dieses jetzt hier auch zu Hause an der Wand hängen hast oder vielleicht in der Hand hältst und es dir einfach nochmal anschauen kannst. Als es vor zwei Jahren, als es noch keine Pandemie gab, habe ich meine erste Vortragstour gestartet, Island auf der Suche nach der Aurora und da war auch quasi im Anschluss eine Ausstellung von mir mit ausgewählten Bildern und ich habe damals die Bilder relativ großflächig drucken lassen, auch so ungefähr A3 Größe und die Drucke haben mich damals tatsächlich wirklich noch viel Geld gekostet. Ungefähr 250 Euro habe ich da ausgegeben, nur für die Bilder. Die Bilderrahmen habe ich damals zum Glück gestellt bekommen für die Galerie, aber auch das wären Kosten gewesen, die ich hätte kalkulieren müssen. Also wenn du vielleicht mal überlegst, du machst vielleicht eine kleine Galerie oder willst vielleicht mal irgendwo deine Bilder auch ausstellen, dann wäre vielleicht auch, sage ich mal, das Thema Drucken für dich vielleicht auch nicht, sage ich mal, unwichtig. Dann habe ich natürlich viele Fotobücher gedruckt, also wenn man in den Urlaub fährt, du kennst das, man macht sich Fotobücher, die können auch schnell mal mehrere 100 Euro kosten tatsächlich, wenn du ganz, ganz viele Seiten auch hast. Auch das ist bei uns hier eigentlich familiär schon immer Usus, dass wir sagen, okay, zu jedem Urlaub gibt es auch mindestens immer ein Fotobuch. Natürlich sind da auch Bilder von mir drin, die ich mache mit der Kamera ganz normal, aber auch Schnappschüsse, wie vom Handy beispielsweise. Wir mixen das alles immer so ein bisschen, einfach damit wir eine schöne Erinnerung haben und dass wir auch darin rumblättern können und das nicht irgendwie nur digital irgendwo haben. Weil es ist einfach was anderes, als wenn du dir ein Bild auf einem Display anschaust oder als wenn du das halt in der Hand hältst und kannst es noch ein bisschen fühlen, kannst du ein bisschen über das Buch streichen, über das Bild streichen. Also von daher ist es was ganz, ganz anderes. Und dann kam auch gleich das Thema Bildband für mich in Frage damals zu dieser Zeit, denn es gibt ja ein Bildband von mir, Island Bildband und da habe ich mich das erste Mal so richtig auch intensiv damit beschäftigt, wie ich meine Fotos quasi wunderbar drucken lassen kann, dass sie gut aussehen, dass sie auch eine entsprechende Qualität haben. Ich habe viel getestet, ich habe viel Geld ausgegeben dafür, tatsächlich auch um dann für mich, sage ich mal, das perfekte Fotobuch auch herstellen lassen zu können. Es hat auch sehr gut funktioniert und wie gesagt, wenn du noch mal Lust hast auf so ein Island Bildband, kannst du gerne mal auf meiner Webseite vorbeischauen. Das mal ganz kurz, der kleine Abriss, warum ich eigentlich drücke. Also ich drucke natürlich, weil es mir Essen Spaß macht, weil ich das Bild sofort zu Hause ausdrucken kann, weil ich es sofort fühlen kann. Ich drucke es aber auch für meine Feinart-Prints aus. Also wenn du Lust hast auf einen Feinart-Print, dann schau auch da gerne mal auf mike-herford.de vorbei. Und das war für mich so ein Grund zu sagen, okay, jetzt vor einem Jahr ungefähr war es, ich will in das Thema Drucken wieder intensiv einsteigen. Ich habe hier noch einen anderen kleinen Drucker stehen, damit drucke ich meine ganzen Rechnungen und all so ein Kram, den man halt so ausdrucken muss. Aber dieser Drucker, den ich mir jetzt gekauft habe, das ist der Canon PIXMA Pro 200. Der ist tatsächlich nur dafür da, dass ich auch wirklich sagen kann, ich drucke jetzt hochqualitative, wirklich Top-Bilder auf natürlich entsprechenden Papier aus. Zu den Papiersauten kommen wir gleich auch nochmal, dass ihr einfach so ein bisschen wisst, okay, worauf solltet ihr vielleicht achten beim Kauf, was ist vielleicht wichtig und ja, was müsste man so ein bisschen auch beachten. Vielleicht noch erstmal zum ganzen Equipment, was ich nutze. Also natürlich nutze ich jetzt hier eine Kamera zum Fotografieren. Ich würde empfehlen, wenn ihr fotografiert und wollt die Bilder halt großflächig drucken, wie jetzt beispielsweise auch mal in einer größeren Größe, also im A3-Format beispielsweise, dann würde ich immer empfehlen, dass ihr mindestens so um die 18 bis 20 Megapixel auch dann habt für eure Kamera. Mehr ist dann beim Druck tatsächlich besser, dann könnt ihr mehr Details rausarbeiten. Meine Fotos, die ich drucke, meine Bilder, sind alle mit 24 Megapixel aufgenommen von der Sony A7 III. Davor habe ich meistens dann auch genutzt das Sony G Master 24 bis 70 Millimeter. Eine sehr gute Kombi, wie ich immer noch finde und das sieht man auch dann tatsächlich in der Abbildungsleistung der Bilder. Also da vielleicht mal so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Klar könnt ihr mit dem Handy auch Bilder machen, aber die dann später so großartig auszudrucken, wird dann glaube ich in meinen Augen schon eher schwierig. Also von daher vielleicht eher eine etwas hochauflösendere Kamera sich dann vielleicht zulegen, die dann nutzen, um entsprechend dann auch schön drucken zu können. Das ist aber nicht alles. Natürlich brauchst du einen Rechner, also einen PC, einen Laptop oder ich habe jetzt hier zum Beispiel mein MacBook Pro stehen. Daran habe ich angeschlossen einen BenQ und das ist jetzt nämlich die Sache. Also ihr müsst darauf achten, wenn ihr mit weiteren Monitoren arbeitet, dass die meisten natürlich eine andere Abbildungsleistung haben. Ich lese euch mal ganz kurz den Namen vor für meinen Monitor, den ich jetzt hier habe. Ich habe jetzt hier den BenQ EW327OU. 32 Zoll Monitor, 4K, UHD. Den kannst du quasi dann auch sehr gut Videos schneiden. Du kannst ja sehr gut natürlich deine Bilder bearbeiten. Du hast eine sehr gute Abbildungsleistung, weil du auch den RGB-Code anzeigen lassen kannst mit dem Monitor, was natürlich auch beim Drucken nachher entsprechend dann wichtig sein wird. Das ist aber nicht alles. Also du brauchst einen guten Monitor. Du kannst, wenn du möchtest, diesen Monitor kalibrieren. Dazu gibt es so gewisse kleine, sage ich mal, Gerätschaften. Die kannst du einmal, davor spannen. Beispielsweise den Spyder X Pro gibt es zu kaufen oder auch andere, sage ich mal, Kalibrierungstools, die du nutzen kannst. Ich persönlich habe mein Monitor jetzt nicht kalibriert damit, weil ich mir gedacht habe, okay, so ein Kalibrierungsgerät kostet erstmal viel Geld. Da kannst du so ungefähr 120 bis 200 Euro rechnen. Und das Kalibrieren machst du meistens immer nur ein und dann vielleicht noch mal alle halbe Jahre mal wieder. Und ich habe mich so ein bisschen herangetestet deswegen. Also ich muss sagen, die Ausdrucke, die ich jetzt habe, sind farblich genauso, wie ich sie mir wünsche und vor allem, wie sie auch abgebildet werden. Denn ich verlasse mich hier nur auf meinen angeschlossenen Monitor und nicht aufs MacBook. Das MacBook habe ich hier auf ungefähr 50 Prozent Helligkeit eingestellt und quasi gleicht das noch so ein bisschen ab. Das heißt, wenn ihr hier 50 Prozent habt auf dem MacBook und am Monitor schaut ihr das Bild an, würde ich es immer noch einen Ticken, einen ganz kleinen Ticken heller einstellen, damit der Druck nachher auch schön kräftig auch rauskommt. Das ist so ein bisschen Übungssache, sage ich mal. Man muss sich so ein bisschen rantasten. Aber tatsächlich war das für mich hier auch kein Problem. Es hat sehr gut funktioniert. Und mittlerweile habe ich einen sehr, sehr guten Workflow, wo die Bilder auch, wie gesagt, dann auch genauso aussehen, wie ich sie am Rechner sehe. Nicht zu vergessen sind die sogenannten ICC Profile. Ein ICC Profil ist quasi ein Farbprofil, welches du dann für deine Papiersorten nutzen kannst. Und ich sage mal, für jedes Papier gibt es sozusagen ein sogenanntes ICC Profil, weil einige Papiere saugen, sage ich mal, die Tinte ein bisschen kräftiger auf. Einige saugen sie eben nicht so gut auf. Und deswegen gibt es ICC Profile, dass der Drucker quasi mit dem Rechner kommunizieren kann. Und der sagt dann sozusagen, okay, pass auf, du musst jetzt hier vielleicht ein bisschen weniger Tinte hinzufügen, vielleicht ein bisschen mehr Tinte hinzufügen, sodass es im Grunde nachher auch nicht irgendwie komisch oder matschig aussieht. Deswegen, also, ein ICC Profil ist wichtig für die Farbausgabe des Druckers und natürlich auch für die Farbausgabe deines Rechners. Denn wenn du ein ICC Profil installiert hast, dann hast du sozusagen, oder sollte es nachher so sein, dass du das Bild am Rechner einmal hast und dann in den Ausdruck legen kannst. Und dann sollten beide natürlich möglichst gleich aussehen. Und das kannst du mit einem ICC Profil dann entsprechend erreichen. Wie du ein ICC Profil einrichten kannst, dazu packe ich dir einfach mal ein Video in die Videobeschreibung unten mit rein. Da kannst du gerne mal reinschauen. Ist wirklich super einfach zu installieren. Und würde ich dir wirklich empfehlen, wenn du dir teure, hochwertige Papiere nachher kaufst und damit drucken willst, auf jeden Fall so ein ICC Profil installieren. Und dann einmal installiert, kannst du damit entsprechend auch natürlich dann ganz entspannt drucken. Genau, also Treiberinstallation haben wir schon gesagt. ICC Profil haben wir schon gesagt. Kalibrierung des Monitors haben wir auch schon gesagt. Jetzt kommen wir mal so ein bisschen zu den Papiersorten. Und das ist so ein bisschen das Entscheidende auch, damit du wirklich super gute Ergebnisse bekommst. Denn das Papier ist nicht gleich Papier. Also denk jetzt nicht, du kaufst dir irgendwie einfaches Kopierpapier. Das kannst du da reinmachen. Kannst du machen, aber du wirst nie damit die Ergebnisse erzielen können, wie mit hochprofessionellen Papieren, sage ich mal. Das heißt, wenn du dich für so einen Druck entscheidest, für diese Kombination hochwertiger Drucker, hochwertiges Papier, dann sollte es auch entsprechend natürlich ein Papier sein, was auch dazu passt. Bevor wir jetzt gleich zu den Papieren kommen, würde ich ganz gerne nochmal einen kurzen Schlenker machen, einmal zum Canon PIXMA Pro, warum ich mich dafür entschieden habe. Ich habe vorher wirklich viel verglichen. Ich wollte einen Drucker haben, mit dem ich kleine Dinge drucken kann. Also diese Größe beispielsweise A6 ist das hier. Ansonsten wollte ich auch größere Sachen drucken. Das heißt, ich wollte A4 mindestens drucken oder halt A3. Und ich kann mit dem Drucker jetzt A3 Plus drucken. Das heißt, ich kann hier auch A3 randlos drucken. Und ich könnte, wenn ich möchte, sogar Panorama bis zu einem Meter drucken. Das heißt, ich könnte mir eine Meterrolle kaufen und kann die quasi einziehen lassen durch den Drucker und könnte auch großflächig mal ein Panorama drucken. Das war für mich erstmal entscheidend. Also ich wollte mindestens bis A3 drucken können. Was drüber ist nachher, die großen Geschichten, die lasse ich sowieso dann irgendwo online drucken, auch mit entsprechenden Papieren. Kommt aber eigentlich eher selten vor. Das sind vielleicht mal Ausdrücke, die besonders gut sind, besonders hochwertig sind, die ich vielleicht an die Wand hängen möchte oder ähnliches. Aber für zu Hause und für mein Portfolio, für die Bilder, die ich mir selbst halt irgendwie irgendwo reinlege, muss ich sagen, siehst du schon, ist A3 schon wirklich sehr, sehr gut. Und das passt für mich einfach perfekt. Ich habe hier auch eine sehr gute, schöne, große Mappe, wo ich das mal abheften kann alles und reinlegen kann. Und das war für mich so der ausschlaggebende Punkt. Die Einrichtung des Canon Pixma Pro ist auch super easy. Auch dazu packe ich dir mal einen Link in die Videobeschreibung unten rein. Super einfach. Du hast insgesamt acht Tintenpatronen. Verschiedene Farbpaletten quasi ab, um die abzubilden oder abbilden zu können. Bedienung ist super simpel. Du kannst dir einfach das Profil vorher einstellen am Drucker. Hast einen oberen Einzug, einen hinteren Einzug und kannst sogar CDs bedrucken, kannst CD-Hüllen drucken lassen damit, whatever. Also hat einige Funktionen der Drucker, die man vielleicht nicht unbedingt immer braucht. Aber wenn man sie hat, glaube ich, ist es doch ganz cool, das zu wissen und sie auch nutzen zu können. Der Drucker liegt derzeit bei knapp 500 Euro, was ich wirklich in Ordnung finde für so ein hochwertiges Gerät. Und du kannst damit ungefähr 100 bis 150, sage ich mal 200 Seiten in A3 ungefähr drucken, bevor du die Patronen wieder austauschen musst. Ich habe bis jetzt, glaube ich, so ungefähr 30 gedruckt oder so oder 40, ich weiß gar nicht genau. Und dazu natürlich meine Final-Prints, die habe ich auch schon gedruckt. Also kommen wir vielleicht so auf 100, würde ich jetzt ungefähr sagen, 100 Drucke und der Tintenstand zeigt mir jetzt noch nicht mal die Hälfte an. Also ich denke, das sind so Richtwerte, so ein paar grobe Richtwerte, die vielleicht wichtig sind für dich, um das vielleicht so ein bisschen einschätzen zu können, was man vielleicht so verbraucht. Und je nachdem, was du natürlich selber druckst, was du drucken willst, wie viel du druckst im Jahr, entsprechend höher sind natürlich die Kosten, auch die laufenden Kosten wie Strom, wie die Tintenpatronen natürlich und natürlich auch wie das Papier. Also da musst du für dich selbst ein bisschen abwägen, was für dich wichtig ist und wo du quasi deinen Mehrwert legen möchtest. Kommen wir jetzt mal zu den Papieren. Ich habe verschiedene Papiere auch tatsächlich getestet. Beim Drucker war schon was dabei und zwar war das einmal Fotopapier pro Platinum. Das hat jetzt hier 300 Gramm pro Quadratmeter. Das ist okay, A4. Ich muss aber dazu sagen, das ist so ein Samplepack hier. Also du kannst dir auch, wenn du nicht so richtig weißt, was du dir kaufen sollst, einfach so ein Samplepack mal kaufen. Da hast du halt verschiedene Größen und verschiedene Arten von Papieren halt drin. Das kann von Canon sein, das kann auch von Ilford sein, das kann von Hahnemühle sein. Ich habe jetzt hier mir zwei Packen gekauft von Fotospeed beispielsweise, eine englische Firma. Habe ich mir liefern lassen aus UK. Musste ein bisschen Zoll darauf bezahlen, aber das war trotzdem auch okay in meinen Augen. Dann habe ich hier einmal mattes Papier, Fotopapier von Canon. Das ist auf jeden Fall ein bisschen günstiger, hat aber auch nur 170 Gramm, also ist ein bisschen dünner auf jeden Fall. Und dann nutze ich hier einmal noch für meine A3-Drucker einmal von Hahnemühle, siehst du schon, Feinart Inkjet-Paper. Und da liegen wir bei 310 Gramm. Und das merkt man schon, das ist wirklich sehr, sehr hochwertig, sehr steif das Papier auch. Und die Ausdrucke sind hier drauf wirklich exzellent, muss ich sagen. Also nicht umsonst kostet das Papier auch ungefähr 65 Euro. Und wir haben hier 25 Plätze drin. Also ist das schon viel, viel Geld, sage ich mal. Also du kannst dann pro Ausdruck ruhig dann ungefähr so zwei bis vier Euro, sage ich mal, grob rechnen. Je nachdem, wie viel du natürlich verbrauchst und wie intensiv auch die Farben in dem Bild sind. Aber ich sage mal so ungefähr mit zwei Euro pro hochwertigen Druck. In A3 kommst du, glaube ich, ganz gut hin. Mit A4 wird es ein bisschen weniger, da du natürlich weniger Tinte logischerweise verbrauchst und weniger Papier verbrauchst von der Größe her. Und wie gesagt, je nachdem, welche Grammzahl du auch nutzt, umso günstiger wird es. Persönlich aber finde ich glänzendes Papier nicht ganz so schön, denn ich mag so Glanzpapier eigentlich nicht so. Deswegen drucke ich am liebsten meine ganzen Bilder immer auf Mattenpapier aus, auf Strukturpapier. Und man kann das richtig fühlen, wenn man hier rüber geht, so leichte Strukturen hier drin. Das fühlt sich wirklich mega hochwertig an, muss ich wirklich einfach sagen. Und es ist ein total cooles Gefühl, jedes Mal wieder so ein großes Exemplar in der Hand zu haben. Oder wie eben schon gezeigt, einmal auch in Schwarz-Weiß was drucken lassen zu können. Und ihr seht schon, das ist wirklich eine Top-Qualität. Also das kann euch keinen Druckeriemarkt bieten. Das kann euch, glaube ich, auch keinen Online-Druck bieten. Also kann es vielleicht schon, aber vielleicht nicht zu dem Preis, bin ich der Meinung. Ihr seht schon, es ist wirklich super hochwertig. Und es sieht einfach exzellent aus, muss ich sagen. Wenn man so ein bisschen gegen das Licht schaut, die Farbnuancen, das Grau, was hier drin ist, ist perfekt abgestimmt. Also es sieht genauso aus, wie es am Rechner auch angelegt hat, das Profil. Und das sieht echt total top aus. Auch wenn du halt hier so ein bisschen hast, so in der blauen Stunde vielleicht siehst du so ein bisschen perfekte Abbildung. Es gibt überhaupt nichts zu meckern. Also es gibt keine komischen Farbsäume oder ähnliches. Es ist alles genau so, wie es sein soll. Ein ganz, ganz einwandfreier, total toller Druck, wie ich finde. Hier auch nochmal vielleicht so ein bisschen zum Anschauen. Also es sieht wirklich super, super cool aus. Ich schaue mal, ob ich hier noch ein Bild habe. Ich zeige euch nochmal das hier von den Krüppelbuchen. Das war mein erstes Bild, was ich gedruckt habe damals. Da war es noch ein bisschen matt. Da habe ich mich so ein bisschen einfuchsen müssen. Ihr seht schon, das ist ein bisschen gedämpft, was sozusagen den Kontrast angeht. Also ein bisschen sehr kontrastlastig, wie ich finde. Und auch ein bisschen zu nebelig, die Stimmung. Also ein bisschen zu sehr, ja, die Feinheiten sind zu sehr stark rausgearbeitet. Das habe ich dir in einem Exemplar nochmal besser angepasst. Aber ihr seht schon, sieht trotzdem total cool aus. Und vor allem, es wirkt auch mega gut, muss ich sagen. Also es macht richtig Spaß, das auch anfassen zu können und damit auch natürlich arbeiten zu können. Das erstmal so zum groben Ablauf, warum ich mir den Drucker angeschafft habe, warum ich damit drucke. Für mich ist immer so die Phase gewesen, okay, ich will jetzt aktiv darin einsteigen und will darin auch investieren. Und ich glaube auch, dass meine Kunden, die Feinabrits bei mir bestellen, auch bisher sehr zufrieden sind damit. Ich habe zumindest bisher nur positive Rückmeldungen bekommen. Und deswegen kann ich sagen, es ist auf jeden Fall lohnenswert. Ich finde 500 Euro wirklich einen fairen Preis, gerade für die Größe des Druckers. Wenn ihr ihn zu Hause hinstellt, braucht ihr auf jeden Fall ein bisschen mehr Platz. Ihr könnt das Ganze mit WLAN verbinden. Und wie gesagt, die Installation ist halt super, super einfach. Ihr werdet durch den Prozess durchgeführt. Das dauert bloß ein paar Minuten. Und dann könnt ihr quasi auch schon direkt loslegen und könnt einfach drucken. Lohnt sich jetzt der Druck also generell für uns normales Zuhause, für euch normales Zuhause? Also würde ich empfehlen, einen Drucker euch zu kaufen. Ich würde mal abwägen. Ich würde sagen, okay, wie viel druckt ihr wirklich? Warum druckt ihr? Ist es für euch vielleicht nur für ein Portfolio, was ihr ablegen wollt? Ist es vielleicht für die Wand oder ähnliches, um mal Bilder auszutauschen? Dann würde ich abwägen einfach. Also würde ich erstmal 500 Euro investieren wollen? Würde ich Tinte investieren wollen? Und wie ich schon gesagt, müsst ihr euch ungefähr bewusst machen, dass ein A4 Druck ungefähr so 2 Euro, würde ich sagen, ungefähr kostet. Ein A3 kostet ungefähr 3,50 bis 4 Euro. Und kleiner natürlich entsprechend ein bisschen günstiger. Wenn ihr dagegen aber die Qualität seht, die ihr bekommt mit dem Papier zusammen, ist es auf jeden Fall eine sehr gute Investition und deswegen würde ich also wirklich empfehlen, schafft euch den Drucker an, weil es macht einen Heidenspaß, damit zu drucken. Und mein Fazit für heute, für dieses Video, für diese Geschichte, kann ich nur sagen, der Drucker an sich ist sehr cool. Es macht Spaß, damit zu drucken. Es sind, wie gesagt, nie irgendwie Fehldrücke bisher entstanden. Die Bedienung ist super einfach. Und ich liebe es einfach, meine Bilder einfach abheften zu dürfen und das mal wieder vornehmen zu dürfen und reinschauen zu können. Deswegen ist es für mich also was geworden, was ich nicht mehr missen möchte. Papiere, wie gesagt, sind natürlich recht teuer. Müsst ihr ein bisschen rein investieren, auch in das Papier. Aber wie gesagt, wenn ihr mal was Hochwertiges drucken wollt, ihr wollt es vielleicht verschenken oder wie auch immer, ist es auf jeden Fall eine super, super gute Investition und es lohnt sich in meinen Augen auf jeden Fall. Ich hoffe, das war in diesem Video so ein bisschen interessant für euch, dass ihr so einen kleinen Einblick bekommen konntet. Wenn ich was vergessen habe vielleicht, dann lasst es mich gerne mal wissen. Wir können das gerne mal irgendwann nochmal so machen, wenn ihr das möchtet, dass wir einfach mal so ein Bild nochmal nehmen, ich es im Rechner vielleicht bearbeite und auch dann nochmal entsprechend den Ausdruck euch daneben lege. Das wäre aber dann eher so ein Workflow für mich in Lightroom und in Photoshop so ein bisschen, dass ihr mal seht, okay, wie das funktioniert. Wenn ihr das wollt, dann lasst gerne mal einen Kommentar da, schreibt es gerne mal unter das Video, dann mache ich dazu gerne nochmal ein extra Video. Ich hoffe, das war interessant für euch. Schaut gerne mal auf meiner Webseite vorbei unter mike-herford.de und sichert euch einen limitierten Feinart-Print, wenn ihr Lust habt. Falls ihr spezielle Bilder haben wollt, die ich für euch drucken soll, mache ich das gerne. Dazu schreibe ich euch gerne auch mal ein Angebot. Also einfach mal eine E-Mail schicken an moin-herford.de und da bin ich gerne für euch da. Lasst mich gerne wissen, ob ihr selbst druckt und wenn ja, mit was druckt ihr? Mit welchen Papieren druckt ihr vielleicht auch? Wo bestellt ihr eure Papiere? Packt einfach mal einen Link in die, ja, als Kommentar in die Beschreibung unten rein, also unter das Video rein. Dann können wir alle davon profitieren und alle Links, alle Sachen, die ich jetzt hier habe, die packe ich euch natürlich auch in die Videobeschreibung, dass ihr da einfach mal nachvollziehen könnt, wo es das zu kaufen gibt. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, bleibt schön gesund und viel Spaß mit eurem Druck und bis zum nächsten Video, euer Maik. Ciao, ciao.